What up, 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 meine Freunde, ich bin Brain oder Yannick, Peace, es ist Dienstag, es geht, keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge, das ist keine Stream-Ankündigung, ich trinke hier entspannt eine Capri-Sonne, no placement, Capri-Sonne, that's the creepiest fucking shit I've ever seen, oh my god. Freunde, es geht um eine kleine Sache, die ich euch näher bringen möchte, die von euch nicht ganz so viele Leute wissen oder vielleicht nicht kennen, wo ich aber momentan sehr, 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 sehr viel Herzblut und sehr viel Freude reinschrecke, ein Projekt, was mir unfassbar viel Spaß macht und was ich super cool fände, wenn mehr von euch da draußen das kennen würden, und zwar, vielleicht wisst ihr, was ein Podcast ist. Ein Podcast ist, kurz erklärt, eine Unterhaltung zwischen zwei coolen Leuten, die über irgendwelche Themen sprechen, die ihr uns vorschlagen könnt, und jetzt ist zum Beispiel ja gerade die E3. Krasses Event, ziemlich nice, und dazu haben wir natürlich auch einen Podcast gemacht. Und bevor ihr jetzt alle fragt, wo gibt's das? Hier. Genau hier gibt's das. Der gute Podcast ist diese wundervolle Seite, unten der erste Link in der Beschreibung, patreon.com slash der gute Podcast, da ist alles zu finden. Und zwar haben der liebe Tobi und ich einen Podcast zusammen, und es macht unfassbar Spaß, gerade zur E3 haben wir jetzt zu jeder Pressekonferenz, nehmen wir einen Podcast auf. Wir haben sowieso den normalen, der gute Podcast. Es gibt das Exklusivformat auch noch, dass wir unsere Top 10 Videogames of all time vorstellen, was sehr, sehr nice ist und sehr viel Spaß gemacht hat. Und dieses ganze Paket gibt es sogar für einen ganz günstigen Obolus, nämlich wenn ihr zum Beispiel den E3-Talk sehen wollt oder die Top 10 Videogames, dann müsst ihr einen Dollar dalassen. Einen Dollar! One Dollar! Bekommt ihr momentan fast täglich Stunden-Podcasts von Tobi und mir. Das heißt, egal wo ihr seid, egal wo ihr hockt, ihr könnt euch das anhören und könnt richtig Spaß haben. Ich weiß nicht, wie ihr zu Podcasts steht. Hast du schon mal einen Podcast gehört? Schreib es gerne in Kommentare. Hast du schon mal der gute Podcast gehört? Das gibt es nämlich sogar hier, wenn man ganz unten scrollt. Hier, komplett umsonst. Kann man sich reinziehen. Das andere kostet einen Dollar, wenn ihr uns unterstützen würdet. Wäre der absolute Wahnsinn. Mir macht der gute Podcast momentan extrem viel Spaß und ich dachte, ich mache mal ein YouTube-Video dazu, weil wirklich nicht ganz so viele Leute wissen, dass ich das hier überhaupt nebenbei mache. Und jetzt gerade ist mein Wasser am Kochen gewesen. Ich werde mir jetzt lecker vegane Maultaschen machen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Heute Nacht kommt noch ein krasses Horror-Game online. Das wäre es erstmal für jetzt. Schaut gerne vorbei. Würde mich mega freuen, wenn ein paar Leute am Start sind. Neun haben es ja sogar schon geschafft. Das wäre es erstmal für heute. Du bist Fan von Der Gute Podcast? Dann unterstütze jetzt Yannick und Tobi auf Patreon für nur einen Dollar im Monat und erhalte exklusive Inhalte. Jetzt auf patreon.com slash dergutepodcast oder im Twitch-Chat Ausrufezeichen Podcast. Und Twitch Prime nicht vergessen.